Bertha, super. Da kommt der Hund um die Ecke, der hat schon seinen Balli. Bertha, Bertha fixiert, Selma ist uninteressiert. Du, Bertha, Bertha fixiert, der Ridgeback ein bisschen, aber nicht so viel. Schauen ist okay, aber erstarren und fixieren ist nicht okay. So ist bedarf, super. Was hier ganz spannend ist, ist, dass man merkt, sobald ich einen Schritt in die Richtung von den anderen Hunden gehe, sind die gleich dabei und ziehen nach und sagen, die holen wir uns jetzt. Also, da muss man gut Kontrolle haben über die Hunde, dass die trotz meiner Vorwärtsbertha, dass die trotz meiner Vorwärtsbewegung sich noch zügeln lassen und nicht, ich mache einen Schritt und die machen dann fünf. Das ist schwierig. Dann mache ich zwei Schritte, machen sie zehn, mache ich drei Schritte, sind sie schon dort beim anderen Hund.